Seit 1999 treibt Slim Shady sein Unwesen in der US-Rap-Szene. Doch damit soll nun Schluss sein. Die Beerdigung von dem Rapper soll stattfinden. Eminem wird uns nach so vielen Jahren verlassen. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier sowie auf Instagram Rap Check. Rapper Eminem hat viele Charaktere, die er über die Jahre immer wieder neu entwickelt hat. Mal gibt es einen Charakter, der andere fertig macht. Einen um rumzualbern, einen persönlichen und so weiter. Seit den 90ern treibt er sich als Slim Shady herum und verarscht die anderen Rapper und Musiker und disst drauf los, wenn ihm was nicht passt. Doch damit soll nun Schluss sein. Denn Gerüchten zufolge trennte sich von dieser Persönlichkeit. Eine Zeremonie soll stattfinden und Slim Shady's letzte Stunde hat geschlagen. Warum er nicht mehr unter dem Namen Slim Shady auftreten möchte, ist nicht bekannt. Trotzdem sagen all die Fans, danke für die unglaubliche Musik, die er all die Jahre gezaubert hat. Viele davon sind bis heute Hits, die nicht wegzudenken sind. Ob Eminem dann trotzdem noch Musik machen möchte oder zieht er sich endgültig zurück? Wird es das letzte Album sein von der US-Rap-Legende? Fans trauern bereits jetzt schon. An die Rap-Check-Community. Jetzt seid ihr wieder up-to-date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr, wird Eminem nun komplett aufhören oder beendet er die Karriere als Slim Shady? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.